hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft adventure map mit dem jonas und dem mango ist ein special guest den haben wir mal eingeladen zu einer runde minecraft gar nicht wahr wir haben ihn gezwungen ja ja wir haben ihn mit vodka bestauchen wer ist ein special guest ich will wissen du bist special guest du bist ja wirklich ja wir spielen hier die adventure map mein sohn journey momentan jetzt nicht schön ich mag ja gut hier sind drei bücher drin wir sind drei leute soll jeder ein buch vorlesen ich lese doch ich vor okay ich lese die regeln und was liest du ja ich fang ich fang erlaubt ja bitte ja die geschichte von mein planet als die menschen sich auf dem planeten mein blendet entwickelten herrschen nach einiger zeit chaos und verwüstung so machte sich ein jungen jungen namens pormatus ordnung zu schaffen zu seinem ziel unter seiner herrschaft blühte mein planet auf auch seine nachfolger hielten ruhe und ordnung so dachte man zumindest und so sah es von außen auch aus aber die thronerben waren nur machtlose figuren das reich selber war in viele teile gesplittet jede jede benannt nach der arbeitsgegend eine war die mainzoo so machte sich ein anderer jungen namens germany auf den weg das reich wieder zu vereinen die mainzoo ist sein erstes ziel mehr gibt es hier nicht zu lesen weg da ab ins adventure okay das heißt wir sind alle drei germany ja und übrigens falls ihr euch fragt die map ist die haben wir jetzt nicht irgendwie von mainzoo und germany geklaut sondern die wurden uns von einem zuschauer sind zu dem nach hause gegangen haben bis sie uns in seinen computer reingehackt und alles ne ja das ist auf jeden fall richtig gut jetzt müsst ihr euch befrügeln wer von euch jetzt lesen darf ich glaube man müsste lesen weil mainzoo weil du und weil du unwichtig bist ne weil mainzoo dahinter kommt so ok dann fang ich mal an also infos erst mal meine zweite adventure map dann du kennst doch sicher noch meine erste kennen wir nein tun wir natürlich kennen wir die nicht go away okay gut dann müssen wir aufhören erbaut für mainzoo in germany ja natürlich checkpoints unnötig da sterben so gut wie unmöglich schlaf erstmal eine runde das haben wir schon gemacht oder ja so es ist der erste teil einer adventure map reihe bitte lese alle bücher durch bitte spiele auf 1.3 plus ich übernehme keine haftung für spätere versionen als 1.3 ne so regeln das machst du dann ja ja ach ja und ich bin mir danke ich bin mir sicher wir ich bin mir sicher mindestens einer von uns wird sterben hundertprozentig wer denn sonst du wirst von uns verprügelt ich will sterben ja gut ok dann kannst du mal machen kannst glas zerbrechen und in kaktus laufen ja ja jonas lesen mal lesen ich hab das grad hast du das echt gelesen woher das war so unerwartet wo ich schaff das ja nein oh spring ich fang dich auf ich hab eine druckplatte ich habe eine druckplatte jetzt bist du tot level 1 hackenwurf du wirst du wirst mich niemals erreichen sei froh wenn du noch lebst du wirst elendig verdursten ha eigentlich war hier eine geschlossene kammer ich habe dir den eingang zu seinen testräumen freigelegt viel glück ein freund oh gott ich habe keine freunde ja hast du auch nicht oh cool diamant spitzsacken ich klaue alle diamant spitzsacken so alles geil ha spitzsacken ich brauche keine spitzsacken wollt ihr auch die diamant spitzsacken ich habe eine was du kriegst auch eine ich will eine ja hier hinter dir voll spitzsacken ja dann nehme ich halt beides danke wenn es zu schwer ist hintertürchen das heißt hintertürchen das gibt es nicht werfen nix abbauen ach das ist wie so ne ach das ist so ne eis challenge gott doch nicht schon wieder so ein scheiß ist doch cool das liebe ich ja weißt du nein stecken sich auch werkzeuge auf stecken die sich auch auf ne doch nicht äh stimmt können sie ja nicht da kann ich das da kann ich die regelbücher werfen das muss man da auf die druckplatte werfen du mongo da ist doch die druckplatte oh ok was ist nein er hat es geschafft das ist böse schlau und incompetent äh nicht schlau so eine habe ich ja eine hat der mango getroffen äh ist hier auch eine nein was ist toll mann ich hab den nächsten auch ja toll dann nur noch eins die rechte das hast du schon getroffen mango das ist aber nicht an du vollidiot das ist nicht an mann ja und du hast es getroffen das gilt voll oh mann ey ja ich hab auch eine getroffen ich bin toll ja und jetzt fehlt nur noch die eine fackel da mal da fehlt doch endlich oh ich hab jetzt oh schade ich hab gedacht du hättest nicht getroffen jetzt hab ich schon items geteatet naja yeah ich bin voll hier aber da ist ne ruhe level 2 da ist ne kohle kohle what do you know about cows was wissen wir über kühe ne gar nicht wahr was heißt das ich kann kein englisch da ist ne kuh wer die anspielung nicht verstanden hat sollte sich die minecraft animation epic minecraft minecrest anschauen ne tu ich nicht ja das haben wir bestimmt noch ja das ach du gott 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 ja überhaupt nicht viele fackeln hier auch ne wie viele druckplatten musstest du im letzten raum betätigen äh äh vier ne ja warte eins vier vier der jonas hatte zwei auf seiner seite oder Moment mal ja das kann sein so nee wir sterben ey äh he he loser way es sollte eine zweite drachenart eingeführt oh gott das stand in der story ich hab die story weggeworfen ne gar nicht wahr das stand da gar nicht egal es soll schafsfleisch eingeführt werden nein gott ach das sind ach so das sind standard fleragen du vollidiot das weiß ich doch nicht es soll ein dritter pisten nein 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 äh es gibt vier nein ja sag du auch mal was hier arbeite mal mit dann stein wie viele da gibts doch nur drei oder oder vier keine ahnung vier oder ich weiß nicht hab ich gesagt mein gott jonas ich glaub vier ja das ist raum ist grauenhaft ach du heilige da oben ist ein knopf ne da ist ein knopf ein knopf da war ein knopf da ist ein knopf ja was wird dazu was wird damit bewegt mit dem knopf erfahrung nein nein da ist ne truhe was da ist ne truhe man yay erz erz diamant erz yay ich bin toll ja ich hab auch voll die truhe gefunden ne das einzige crafting rezept mit einer feder ist der pfeil ist das richtig ha junge wie bitte der das einzige crafting rezept mit einer feder ist der pfeil ist doch richtig oder ja würd ich sagen man braucht für bücher nur papier falsch das ist falsch warte warte jetzt muss mal der mango antworten es gibt sechs verschiedene treppen ne oder ne nein 5050 schon geraten steinziegel äh nein ich bin mir jetzt total unsicher oder ich glaub nicht das könnte sogar sein ich mein ne es gibt ja es gibt aber ja ich hab jetzt gedacht ne es gibt drei verschiedene der kaputte defbomose und der normale ja es gibt auch gibt es nicht noch so silberfisch steinziegel stimmt ja deswegen gibt es aber seht ihr mal wie toll ich bin was würdet ihr nur ohne mich machen ihr würdet die tür einschlagen und das würden wir nicht die ganze zeit rum naja will lohnen ey oh gott warte mal ja so vielleicht ist das hier falsch mein gott das ist doch richtig sanstein hm 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 man 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 es gab die minecraft nein das ist falsch gab es die version 1.3 einfach nach dann 1.3 ist doch noch beta oder ne es gibt doch 1.4 schon ja ich weiß aber die maps sollte ja eigentlich auf 1.3 punkt 1.3 punkt hm 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 ich glaube 1.3 plus ja ich bin verwirrt ja mein kopf macht aber kohle jetzt einschmerzen nein ich weiß nicht ja wenn die map auf 1.3 ich glaube schon ja ja aber wenn die map auf 1.3 erbaut wurde weiß ich nicht ob es das damals schon gab hm stimmt ja seh mal wie ich denke das natürlich ja jetzt aber und das gab es damals du musst natürlich ausprobieren ich habe ja hier einen kohle erd ich will hier raus wir sind auf 1.4 du deppkind lass mich raus ja ist schon klar aber die map nicht ja aber ja die map ist auf 1 die map ist auf 1.3 gebaut wieso denkst du dann dass wenn du jetzt kohle erdst einschmerzen da kommt erfahrung raus dass uns das die lösung gibt wir wissen ja nicht ob das ja den habe ich auch schon gesehen ich weiß aber nicht was der macht ok gibt es die sonst noch buttons oder so hm die fucken sind voll irritierend vielleicht gab es nur drei druckplatten ja der hat ja schon alle lösungen durchprobiert nein ja 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 irgendwann sollen minecarts als lava boote brauchen nein gold das wüsste ich jetzt auch nicht ich habe mir die ganzen erneuerungen durchgelesen erneuern oh god jonas du denkst immer noch falsch die maps wurden map wurde für 1.3 gebaut hier guck mal da für Bücher braucht man Papier war das damals schon so nähe oder man braucht für Bücher man hat doch nur Papier gebraucht das wusste ich nicht guck mal ey nein nein ich will auch was hey nooo da ist der Notausgang fang da an das waren vier druckplatten im boulding raum es ist eine ach das sind die lösungen die kennen wir doch alle schon ja hier ich hatte mit dem silber für stein ziegel recht ja gut hier in den nächsten raum oh god warum sich ich will die was hat er jetzt drin nur erze raum 3 temple runner oh yay ein buch so story oh god das ist ja endlich John Batman ok wenn du das hier wenn du das hier liest bin ich schon über sensoren informiert und auf der flucht du bekommst mich nie hahaha ja gut okay das stand da jetzt yay keine angst es gibt vier checkpoints ok wenn du willst kannst wenn du willst kannst du es im kreativ durch machen hallo jetzt wollen wir mal sehen ob der mango das auch kann ja das schaffe ich doch ich meine ich weiß dass der jonas es nicht kann aber hallo vorfühleffekt ja der jonas ist ja nubig das war jetzt witzig haaa 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 jonas meine fresse was könnt ihr eigentlich ich muss ein minecraft spielen ja der mango muss das nicht können der jonas sollte das können jetzt mal ernsthaft leute die will nicht ja nein scheiße ich bin auch untergefallen jetzt hab ich keine schaffe ja guck mal David bist du untergefallen oder was ja ich bin noch ein paar sprünge weiter gekommen soll ich dir helfen soll ich dich anschubsen nein doch nein bist du auch untergefallen Jonas ach ich mag diesen sprung da nicht nein fast ich mein David nicht schleue Leute schlagen hier ich wollte ihn ja auch nur freundschaftlich anschubsen achso ja freundschaftlich anschubsen ich wollt grad sagen yeah haaa zu weit ich schubse dich freundschaftlich ja wie lange sind deine arme überhaupt das wüsst du ja auch gerne muss ich mal messen weißt du wichtig fürs spätere leben ja ja weißt du wie wieso kommt der denn jetzt hier schon mit so nem Kack an her wieso komm da ist so da steht sogar wir dürften es dürften es im Kreative durchmachen ja das was hat das er ist das nein der letzte Sprung vom ersten Checkpoint was hat denn das für Sinn hat im Kreative durchzumachen ja vermutlich denkt er man kann dann weiter springen nein man kann da weiter schlagen ja vielleicht meint er ja man könnte weiter springen ja ich bin stolz auf dich du hast den ersten Sprung geschafft normalerweise nicht Alter das gibt's doch nicht achja die gute alte Kompetenz Gott dieses das ist closed du kannst nicht viel neun oh Gott fuck komm schon das schaffst du nein achja 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 sind wir jetzt alle beim letzten Sprung verkackt geil alter wie nice das kann sich nur um Jahre handeln ach es gibt hier überall einen Notausgang jetzt mal ernst dafür wie inkompetent hält der euch nicht euch sondern mein Sound Germany der sollte sich verarscht fühlen ja der arme du hattest den auch mal abonniert Jonas obwohl du den nie geguckt hast ich hab den geguckt ja 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 ungoo falls er sich das anguckt und dann mit uns spielen will willst du jetzt hier nicht einschleimen ne ja